Sie sehen nun zunächst den Einsatz der Kampfhubschrauber, die das frontal bindende Panzerbataillon 104 aus flankierenden Stellungen unterstützen. Schauen Sie hierfür zunächst nach rechts. Die Kampfhubschrauber Tiger werden dazu gelenkte Panzerabwehrraketen des Typs HOT gegen gepanzerte und zudem ungelenkte Raketen gegen weiche und halbharte Ziele einsetzen. Die Weichziele, die der Kampfhubschrauber bekämpfen wird, sehen Sie vor sich eine Handbreit links vom Bunker auf dem Tutenberg. Dort befindet sich ein Höhenrücken, genannt Staffelberg. Auf dem Südhang können Sie mit dem Fernglas den Feind in Stellung erkennen. Blicken Sie jetzt nach rechts für den Einsatz der ungelenkten Raketen auf die Hubschrauber und anschließend auf den Staffelberg. Die Kampfhubschrauber haben ihre Ziele erfolgreich bekämpft und vernichtet. Und wir ziehen in der Folge nun Wechselstellung. Das ist ein Höhenrückstherber. Die Kampfhubschrauber. Das war die Niveau. Das ist nicht wert. Die Reifungstherber hat viele Male zuerstellen. Die Kompeln sind oftmals eine Trautung. Die Niveau. Die Niveau war die Niveau. Die Niveau die Niveau war an der Wraithung an der Wraithung an13-Jakimus. Miveau haben die Niveau. Untertitelung des ZDF, 2020